Das kann noch nicht wahr sein. Jetzt tanze ich das dritte Mal auf einem Drei-Punkte-Bord. Jammerer gibt es mindestens so viele wie Hektiker, aber wer sich beim Begemmen über Glück und Pech beklagt, hat aus meiner Sicht das Spiel noch nicht verstanden. Ja, Geduld und Gelassenheit werden auf die Probe gestellt, wenn es wirklich hart kommt, und dass ein Dreijähriger beim Mensch ärgerlich nicht damit Schwierigkeiten hat, ist auch klar. Aber ein langjähriger Begemmenspieler? Wenn der Jammerer sich schonungslos ehrlich reflektiert, liegt ein Großteil der Motivation seines Gejammers in dem unbewussten Versuch, den anderen zu signalisieren, wenn ich verliere, liegt es nicht an meiner Inkompetenz. Das nenne ich ungeschickte Eitelkeit. Ungeschickt, weil man so ja genau keinen kompetenten Eindruck hinterlässt. Als sich einer meiner letzten Gegner bei dem letzten Turnier über meine hohen Pesche beim Bär auf Echauffierte, habe ich ihn gefragt, was er denn glaube, wie oft mir ein hoher Pasch zustehe. Seine Antwort? Keine Ahnung, jedes zwanzigste Mal vielleicht. Die richtige Antwort hätte natürlich gelautet, jedes zwölfte Mal kommt Pasch vier, fünf oder sechs. Sein Kommentar? Ja, aber die kamen doch jetzt viel öfter. Darauf ich. Aber im letzten Match hatte ich viel zu wenige. Der Jammerer unterstellt nämlich, dass Glück und Pech des Gegners sich bitteschön in jedem Match genau die Waage zu halten haben. Die Frage lautet auch, was der Jammerer mit seinem Jammern beabsichtigt. Aus der Praxeologie von Ludwig von Mises wissen wir, dass Menschen immer handeln, um ihre Situation zu verbessern. Aber wie soll das das Jammern leisten? Also was wünscht sich der Jammerer? Möchte er Mitleid oder soll ich mich für mein Glück schämen? Oder wünscht er sich bei allzu unglücklichen Würfen einen zweiten Aufschlag wie beim Tennis oder einen Malligen wie beim Golf? Das ist natürlich alles offensichtlich absurd. Bewusst ist es aber kaum einem, was er wirklich will. Oft ist das Jammern auch einfach zur Gewohnheit geworden und mit ihm das Selbstmitleid. Als Baby haben wir gejammert, wenn etwas fehlte. Hunger, Durst, Müdigkeit, volle Windeln. Du hast geschrien und Mami kam zur Hilfe. Oder wenn dir langweilig war, hat sie Duzi-Duzi gemacht, dich gekitzelt und du hast wieder gegrinst. Als du dann ein Kleinkind warst, hat dir Oma immer Schokolade in den Mund gesteckt, wenn du geheult hast. Und dann war die Welt auch wieder in Ordnung. Aber irgendwann haben manche den Punkt verpasst, erwachsen zu werden. Erwachsen zu werden bedeutet, zu erkennen, dass niemand kommt, um Duzi-Duzi zu machen oder dir Schokolade reinzuschieben. Ich weiß nicht, ob ihr den Witz mit den beiden Bauarbeitern kennt. Zwei Arbeiter machen immer zusammen Mittag und essen mitgebrachtes aus der Brotzeitdose und trinken Kaffee aus der Thermoskanne. Der eine macht seine Dose auf und sagt, bäh, Salamibrot. Nächsten Tag das Gleiche. Er macht die Dose auf und sagt wütend, Salamibrot, das kann nicht wahr sein. Dritter Tag, schon wieder Salamibrot, ich hasse Salami. Dem anderen, der bis jetzt immer geschwiegen hatte, wird es irgendwann zu dumm. Und er fragt, warum sagst du deiner Alten nicht, dass sie dir was anderes machen soll? Meine Alten? Wieso? Ich mache mir meine Brotzeit selbst. Jetzt wird der Jammerer vielleicht sagen, aber ich lege mir meine ständigen Sechserpäsche von der Bar ja nicht selbst ins Brett. Nein, aber du hast dich für Begemmen entschieden und gegen Schach und Go, gegen Dame und Halmer. Niemand zwingt dich, ein Würfelspiel zu spielen. Ich war diesbezüglich übrigens auch relativ lange gerettetiert. Erst als ich vor 15 Jahren das Buch von Will Bowen gelesen habe, wurde mir überhaupt klar, wie oft ich jammere. Jammern ist nämlich wie Mundgeruch. Man bemerkt es meist nur bei den anderen. Bowen hat die Complaint-Free-Challenge geschaffen und wurde damit weltberühmt und sein Buch dazu zum Bestseller. Die Challenge, man trägt ein Armband und immer wenn man jammert, wechselt man die Seite und streift es über das andere Handgelenk. Bleibt das Armband 21 Tage auf derselben Seite, hat man die Challenge geschafft. Jammert man am 20. Tag, startet man wieder bei Tag 1. Mein Armband hat das Handgelenk 15 bis 20 Mal am Tag gewechselt. Das Ziel ist nicht etwa, alles Leid in sich hineinzufressen und sich mit seiner Unzufriedenheit zu arrangieren. Es geht im Alltag darum, seine Unzufriedenheit ohne jammern nur noch mit denen zu teilen, die die Ursache beheben können. In solchen Fällen formuliert man einfach eine Bitte. Lieber Chef, ich stehe kurz vor einem Burnout, kann ich mal zwei Tage frei bekommen. Aber was machen die meisten? Sie jammern ihren Kollegen die Ohren voll, was für ein Menschenschinder der Chef ist. Hier kann Beckham also wirklich mal als Übungswiese für den Alltag dienen, denn hier ist das Aufhören einfacher. Mit Jammern verleidet man dem Gegner auch die Freude an seinem Sieg und deshalb ist Jammern genau genommen unsportlich. Der Jammerer hat nur noch nicht gelernt, würdevoll zu verlieren. Freunde, schluckt es einfach runter, auch nach den Matches. Eure einzigartigen Heimsuchungen sind keine singulären Ereignisse, die speziell euch, niemanden aber sonst jemals zuvor zuteil geworden sind und deshalb in Hardluck-Stories einer Schilderung bedürfen. Am absurdesten sind dabei die detailgenauen Beschreibungen der Position, in der sich das Unglück ereignet hat. Der Gegner hatte acht Steine auf seinem Einserpunkt, ich eine Prime vom Dreier bis zum Siebnerpunkt, zwei Steine auf dem Dreizehnerpunkt, ich würfle natürlich Pasch fünf, der Gegner eins sechs und so weiter. Jeder Zuhöriger schaltet nach dem ersten Satz ab und nickt bestenfalls noch freundlich. Denn warum soll ich mich der geistigen Arbeit unterziehen, die Beschreibungen in meinem Kopf zu einer Position zusammenzusetzen, an deren Ende doch nur ein vermeintlicher Schicksalsschlag unbeschreiblichen Ausmaßes steht? Positiv formuliert bringt es ein bekannter englischer Spruch auf den Punkt. Never whine, never complain, never make excuses. Das schließt auch alles Nonverbale ein. Kein Stöhnen, kein Kopfschütteln, kein ironisches Lachen. In einem Buch über die Mafia habe ich gelesen, dass es bei denen eine Redewendung gibt, mit der sie den höchsten Respekt ausdrücken. Sie lautet im Stehen sterben. Bei ihrer Hinrichtung durch die Mafia fangen nämlich die meisten Opfer an, zu jammern und zu winseln. Kinder und Frau werden vorgeschoben, um Gnade zu erbetteln. Angeblich würden nur die wenigsten ihrem Scharfrichter würdevoll entgegentreten, ihm vor die Füße spucken und Haltung bewahren. Das nennen die Mafiosi im Stehen sterben. Um wie viel leichter ist es doch, beim Begemmen im Sitzen zu verlieren? Mit dieser, wie ich finde, starken Frage, die übrigens nicht von mir kommt, sondern von meiner Frau, wollte ich eigentlich aufhören. Aber dann ist mir kurz vor dem Einschalten der Kamera, ist es mir wie Schuppen aus den Ohren gerieselt, dass ich damit an der Oberfläche geblieben wäre. Es gibt nämlich noch eine Ebene dahinter, das Level-2-Jammern. Ich bin da qualifiziert, denn ich kann zwar sagen, dass ich zumindest bei Begemmen-Turnieren frei von Level-1-Jammern bin. Ich habe mich nicht einmal über mein Pech oder über das Glück des Gegners beklagt, aber ich bin noch nicht frei von Level-2-Jammern. Wenn man erkannt hat, wie kindisch Jammern am Brett ist, droht, wie bei jeder Selbsterkenntnis, das Missionarentum. Jetzt spielt man sich als Messias auf. Man erzählt Dritten etwas von der Begegnung mit einem Jammerer. Ihr werdet es nicht glauben, aber Jammern über Jammern ist auch Jammern, eben Level-2-Jammern und damit ein performativer Widerspruch. In der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg würde man sagen, das ist ein ungeschickter Versuch, Empathie für die erlittenen Schmerzen zu bekommen. Will Bowen würde sagen, nichts als Eitelkeit und Prahlerei. Man will den anderen durch die Blume sagen, dass man selbst frei von dieser negativen Eigenschaft ist, die man dem unterstellt, von dem man gerade berichtet. Beides alles andere als erwachsen. Ein Mangel an Selbstreflexion, Selbstverantwortung, Selbstkontrolle. Ich weiß, Erwachsenwerden ist nicht einfach, aber es ist wie mit dem Golfspielen und dem Begegn. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder und dann wäre es nichts Besonderes. Also lautet meine Bitte an alle Teilnehmer zukünftiger Turniere, bei denen ich mitspiele, ihr dürft mich gerne darauf hinweisen, wenn ich über das Jammern jammere. Ich werde euch das auch nicht als Level-3-Jammern auslegen und anschließend ein Video darüber drehen, was dann Level-4-Jammern wäre. Das war es jetzt wirklich. Gruß zu Hause. So, jetzt werde ich doch endlich reinkommen. Nein, schon wieder Pasch-Sex. Omi, ich brauche dringend Schokolade. Stopp. 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 Stopp.